um okay ja ich wünsche euch allen viel Spaß mit 8 FPS bis wie viel 8 FPS 8 8 ist doch immer 8 ist immer noch besser als 7 aber ja ich finde 8 ist ja auch so an sich eine sehr schöne Zahl mit 2 Rundungen ja genau an die großen Bäume würde ich mir erst gar nicht ran machen die sind einfach zu groß es dauert zu lange die wegzuhalten ich glaube die wollen auch gar nicht von dir die großen Bäume ne sind einfach nichts kleines gewöhnt hier damit hast du dich gerade im Prinzip selber genissen ich weiß das war sogar Sinn der Sache ich weiß oh das war sogar Sinn der Sache man kann sich ja nicht rausreden nein nein das gehört auch zum Halloween Special wisst ihr ja 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 natürlich Leon ja genau ja das war alles schon lange von Leon geplant immer doch er hat die Texte quasi vorgeschrieben deswegen liest er sie auch nicht ab ihr seht mich doch hier die ganze Zeit ablesen das steht alles auf meinem Zettel und das gehört alles in den Skript rein seht ihr ich lese nichts ab das dicke kaum schmeckt nicht mehr ich glaube ich nehme gleich ein anderes mach das mach das wenn ich nicht an dem anderen ersticke während es Richtung Magen wandert mit viel Glück platze ich auf und ein Alien kommt aus meinem Bauch so blablabla und der macht am besten gleich weiter mit dem LP sonst bringe ich ihn um du kannst das umbringen ja Leon du bist verdammt aggressiv geworden seit wann keine Ahnung seitdem wir uns so so kennengelernt haben ich mein steigerst dich da ganz schön rein in deine Aggression komm mal runter von deinem Berg des Zorns ja siehste mal das ist auch alles ein Halloween Preview nämlich ich nein das erzähl ich mal Leon das Massaker Kind ja genau ich renne jetzt die ganze Zeit hier mit so einem blutigen Metzgermesser durch die Gegend und versuche Leute umzubringen das ist auch so eine Sache vielleicht sollten wir einen Film darüber drehen der heißt ein Leon allein mit Toten ja oder so ähm ja ich hab schon wieder Hunger kann man die Kokosnussbohnen äh ne du musst abnehmen ja guck mal die Kokosnussbohnen kann man sogar essen und das bringt wie viel zwei Leben Leben oder oder essen achso das war kein das war ein Apfel fail ich hoffe trotzdem für dich dass du jetzt endlich mal Holz mitbringst und Stein äh warum Steine ne Steine haben wir sogar hier ja siehste dann brauche ich nur Holz ähm hab ich bring aber noch mehr mit du hast noch fünf Minuten will ich zu schätzen wenn ein Tag zehn Minuten dauert jetzt ist die Frage ob ich wieder zurückfinde oh Gott jetzt jetzt ne eigentlich nicht ne 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 Ja, wenn man doch mal eine Ausrede hat, dann kann man sie doch wenigstens platt und breit treten, bis sie nicht mehr vorhanden ist, quasi. Reicht's, ich nehme ein neues Kaugummi. Mach das. Okay, kleinen Moment. Okay, und wieder da, und ich seh dich in der Ferne auf dem Berg schweben. Ich laufe, ja. Ja, aber der Berg ist nicht gerendert, aber du bist gerendert. Ey, da läuft leer. Okay, Leon, vervollständige dir den folgenden Satz. Namen sind nur Schall und Rauch. Hm, ein Eichhörnchen durch eine Bazooka auch? Genau. Woo! Gibt's hier Eichhörnchen? Gibt's hier Bazooka? Stimmt, das wäre auch mal ein cooles Eichhörnchen in Minecraft. Und wenn man gegen den Baum haut, dann fallen sie runter und verpissen sich heulend in einen Busch. Genau. Ach ja, ich bin übrigens fertig, wenn ich noch die andere Hälfte des Dings abtrage und den ganzen Sandstein und Stein und Sand und Sandstein, Stein, Sand und so. Komme ich denn hier noch hoch? Äh, nee, du willst sterben. Ah, okay. Ich habe überall Tretminen gelegt. Aua. Oh, noch weiter abgetragen. Ja, du musst schon hier durchgehen. Du bist so fail. Tada! Das siehst du mal. Okay. Wenn du jetzt bitte die Rohstoffe an mich abtreten würdest. Gerne. Boah, Alter, wie viel Sand ich habe. Wie viel von den 64er-Stacks? Alter, ich muss gleich erstmal gucken, wie viel 64er-Stacks ich habe. Eins, zwei, zwei, das ganze Hand in Winter voll. Vier, sechs, acht, neun. Neun und fast einen halben. Wie viel Sandstein sollen wir machen? Ähm, erstmal brauchen wir gar keinen Sandstein. Okay, jetzt ist es mehr. Okay, machen wir ein Crafting-Table. Ähm. Hä, was geht ab? Ist doch vier Dings, oder nicht? Was? Ja. Das will aber irgendwie nicht. Ja, du musst das Holz erstmal zu Holzplanken craften. Aha, ja, stimmt. Wie vergesslich der Mensch doch ist. Ja, ich habe schon so lange... Ach du Scheiße, das Ding ist ja blutig, Mann. Mhm. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen am Tick-Tick-Tick gefeilt. Ich sage Leon und auf einmal Slipknot, oh my fucking God. Das funktioniert nicht. Jetzt geht's. Ja. Ähm. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mir nur so zwei, drei, vier Holzblöcke gibst. Dann kann ich hier schon mal was basteln. Dafür brauche ich aber eine Quittung. Ja, kriegst du. Was zur Hölle? Passt schon. Ähm. Das östliche Skelett wird rot. Okay, zuerst mal eine Spitzsacke. Wo bauen wir den Kellereingang? Was für einen Keller? Wir brauchen einen Keller, damit wir in den Stein kommen. Stein ist schon im Moment auf der Oberfläche. Ah ja, hier. Ja, genau. Ich baue erstmal alles hier außen rum. Ja. Ich würde auch sagen, dass wir hier den ganzen Sandstein durch Sand ersetzen. Ja. Hier ist auch noch Stein unter dem Hügel hier. Mhm. Keiner sagt mir was. Was? Dann sag doch was. Ja, mache ich doch gerade. Ja, was soll ich denn sagen, Leon? Ich laufe hier rum und baue den komischen Hügel ab? Ja. Dann sag doch, dass du rumläufst und den komischen Hügel abbaust. Okay, jetzt die ganze Zeit, während ich hier rumlaufe und den ganzen verdammten Hügel abbaue, sage ich, ich laufe hier rum und baue den ganz verdammten Hügel ab. Ja, kommentierende Sachen. Kann ich dir sagen, worauf ich nach jedem Block stoße, wenn ich ihn abgebaut habe? Auf Stein oder Sandstein? Sand. Oh. Sand. Sand. Runterhüpf. Sandstein. Stein. Sandstein. Macht dich das glücklich? Ja, sowas nennt sich gutes Life Commentary. Ich scheiß dir gleich den Kopf ab. Ich sag's dir. Wer hat das gesagt? Du? Nein. Nein. Kann gar nicht sein. Als wäre ich aggressiv. Kann ja gar nicht. Pass auf, Provo ärgere mich nicht. Zu spät wahrscheinlich. Nee. Achso. Boah, das war knapp. Fast wäre ich den ganzen Berg runtergefallen. Passiert schon mal. Hey, da unten ist ein Mobspawner. Was? Ja. Hast du gerade wieder einen von deinen Glitches, wo du durch... Ja, ja. Ah. Und da ist ein riesiges Lava. Oh, jetzt ist es weg. Ich bin der Seher. Wow. Mhm. Oh, 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 verdammt. Das viele Skelette. Ich beeile mich mal mit abbauen. Wow, weg hier. Wollen wir einen Boden aus Sandstein haben? Ähm, ich glaube, wir sollten erstmal hier den Sand aufforsten. Ja. Brauchen wir den, den Kies hier? Wenn ja, dann baue ich ihn ab. Jetzt habe ich hier den Deck. Okay. Ähm, nein. Jetzt ist er weg. Warte. Da ist ein... Ein, ein, ein Dings. Aber ich sehe nichts Besonderes. Natürlich die ganzen Rohstoffe, aber sonst so nichts an sich. Da unten ist ein Diamant. Sogar Diamanten kannst du sehen. Ja, man sieht ja, man kann das ja wohl erkennen, was das ist. Das ist irgendwie... Ja, aber kein großes Höhlen... Oh, doch, direkt unter uns ist ein riesiges Höhlen-System mit Wasser, aber nur. Das ist Bucky-U-Sing. Was? Bucky-U-Sing. Oh, what? Ah, also wenn man es schon hat, sollte man es nutzen, ne? Ist das eine Spinde oder was? Wo, 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 wo? Keine Ahnung, ich habe auf einmal drei Schaden bekommen. Aber... Mach's kaputt. Was ist das denn? Flint. Kann es sein, dass du Hunger hast? Nein. Gerade nicht. Hier läuft nichts rum eigentlich. Na, wahrscheinlich ist es wieder der Server, der etwas spät reagiert. Bitte? Wahrscheinlich ist es der Server, der wieder etwas spät reagiert. Kann auch sein. Also, ich glaube, wir können hier hinterher erstmal abbauen. Ja, aber wir wollen ja den Berg nicht einhebenen, sondern... Also, nicht komplett einhebenen, dass es kein Berg mehr ist, sondern wir wollen ein Haus bauen. Ja, ja, ich weiß schon, aber die zwei Blocks, die wir hier wegmachen, da ist ja... Kommt ja ganz viel zu Tage. Was Stein und Sandstein angeht und sowas, und das können wir ruhig abbauen, finde ich. Dann vielleicht ausschärten. Also, dann machen wir Orson um unseren Dings rum, ähm... Finde ich am besten erstmal so, so, so eine Sand, ähm... Linie. Mhm. Wo dann die Kakteen draufkommen. Warum wachsen die eigentlich nicht? Doch, der hier ist gewachsen. Ich gehe jetzt mal auf Risiko und baue die Kohle da unten ab. Welche Kohle? Wo? Warte, 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 warte. Lass dein Inventar hier, Mann! Hm, auch eine Idee. Ich will nicht, dass du krepierst und ich kein Essen mache oder so. Wow, ich bin jetzt... Wir haben sowieso nur noch zwei Fleisch. Egal, ich bin nicht Ego, das ist... Und ich hab da sowieso kein Fleisch mehr, also... Nein. Ich hab nur noch drei Dings, drei, ähm... Ich kann einziges mehr. Behalte ich gleich mal ein. Würdest du eigentlich Schaden kriegen? Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber was hast du... Was ist das, eine Potion? Nee, das ist, ähm... Kakaobohnen. Sieht hier aus wie eine Potion? Na, egal. Ja, das ist das Deck schon weg. Egal. Jetzt kann es leise sein, sonst werde ich entdeckt. Okay. Oh, Erfahrung. Psst. Ja, wenn man Kohle abbaut mittlerweile. Ja. Warum auch immer. Wahrscheinlich damit man auch im friedlichen Modus, ähm... Erfahrung kriegt oder so. Ja, das Lustige ist ja, dass das Ganze bei... Eisen und so noch nicht funktioniert. Ich glaub, das war's mit der Ader. Na, immerhin neun Kohle. No. Irgendwann haben wir den Gipfel hier auch mal so, dass wir das sicher haben. Ja. Ähm, vielleicht hättest du gleich nochmal Bock, den Dings abzubauen, den ganzen Sandständen und so. Oder wir machen das eben zusammen, wenn wir genug Rohstoffe haben dafür. Ja, dürfte. Wir sehen das Ganze aus der Ferne aus. Wie ein riesiger Scheißhaufen. Ah, gut. Mit... in Kürbisform am besten. Spricht ja, äh, für unsere Bausteine. Ja. Kommt der hinterher? Ja. Oh, da ist ein Enderman. Was? Wo, 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 wo? Wo? Weit unten. Weit unten. Ich dachte grad schon. Da, direkt auf dem anderen Gipfel steht ein Creeper. Hast du noch ein bisschen Holz? Ähm, ja. Sogar ein bisschen mehr. Mhm. Ich kann dir das Holz einfach mal geben, dann kannst du schon mal Werkzeuge bauen. Fackeln in erster Linie. Da. Und... Da. Ich hab auch Setzlinge, wenn du Erde hast. Ja. Aua. Erstmal in den Ofen. Boah, ich mag es nicht, mit dem Rücken zu der Seite zu stehen, wo die Monster herkommen. Hm. Oder geht nicht manchmal. Licht. Licht. Es werde Licht. Hier ist wieder euer The Juice Goal. Oh, cool. Wollen wir mal sehen, ob das ein Let's Play oder ein Let's Fail wird. Liebe Leute. Hey, du weißt, dass wir das hochladen, ne? Das macht mir gar nichts. Jetzt dürfen die ruhig wissen, dass ich den nicht mag. Außerdem gehört das zum Halloween Special. Ach, ja. Autsch. Bist du runtergefallen? Ja. Hat's wehgetan? Ja. Hat's sich ja gelohnt. Ja. Zieh's immer. Willst du den Stein da noch abbauen, oder was? Nee. Gut. Von Baustellensicherung haben wir ja noch nichts gehört. Na, das sah aber auf dem Raumschiff anders aus. Das sah aber auf dem Raumschiff. Na, das sah aber auf dem Raumschiff. Tut. Da, das sah aber auf dem Raumschiff. Das sah aber auf dem Raumschiff.